hallo und herzlich willkommen hier ist wieder euer player mit einer weiteren folge zu youtubers live ich habe mir kurz ein paar gedanken gemacht und zwar möchte ich jetzt wie folgt fortfahren aktion 1 der typ ist mir zu gummlig und ich habe keinen zweiten pc somit muss der mal weg irgendwie hier ihnen das ihr glaube ich denn das in typ der feuer ja ja so dann shopping ich will mir das neue telefon kaufen und ich glaube ich weiß woran es liegt dass wir noch kein zweites beziehen das ist auf dem datum geknüpft haben zu gewissen daten kriegen wir dann das rei geschaltet so nämlich pc ich will ja nee es waren das wo war das zu kaufen hier vielleicht cell phones jawohl wir kaufen uns mal das telefon so dann kaufen wir uns als nächstes noch ein neues game 29 mai das ist doch nice long awaited game für die xbox so open unser neues game ja genau wie sie nur strawberry curse you can follow your friends and other youtubers from your profile and read about the opinions bla 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 there is no doubt social media were useful tool for a youtuber ok on the wall you can read posts want to talk about you can also promote recently uploaded videos to get more views ok be reminded promoting ok ahja ok ahja gerade so ja starloid adventure Ah, das glaube ich haben wir gerade gekauft. Schade. Egal. Wir machen ein Star-Door-Adventure-Video auf jeden Fall. Das machen wir jetzt auch als nächstes, nachdem wir schlafen und essen waren. Ja, Buy-Food könnten wir auch machen. Ah, wir haben einen Punkt. Collaborations? Ne, ich will Gameplays mehr Subscribers. Jetzt erst mal Eat. Ah, jetzt geht es zuerst kaufen. Ich kaufe mir noch ein paar Salate. So, Eat. Und da müssen wir wieder raus, sonst haben wir kein Geld mehr. Wir essen den Salat. New Talent Find, Increase, bla 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 bla. Jo. Und wir essen noch ein Wasser, damit wir voll sind. Okay, dann jetzt unbedingt das neue Video. Und zwar zu Star-Door-Adventure. Ein neues Gameplay. Workstation 1. Alles passt. Continue. Das ist wieder German-Deutsch wie gehört. Star-Door-Adventure. Ein neues Schnitzel-Fest. Jo. Very good. Legen mal los hier. Wir legen los mit dem Gritting. Endlich mal wieder ein cooles Video machen. Schon lange keins mehr rausgehauen. Wow. Das geht. Huhuhuhu. Nice. Ja, das ist kacke. Das ist auch kacke. Hier hauen wir jetzt was raus. Und zwar... Sowas. Ja, dann können wir hier noch ein Murderous Look und ein Off-Topic raushauen. Wir haben leider fürs Auto nichts mehr. Okay. Schauen wir mal in welcher Reihenfolge wir das dann reinpacken. So. Das ist alles Mist. Das ist alles totaler Mist. Das passt einfach gar nicht rein. Das auch nicht. Und das auch nicht. So könnten wir es mal. Wir könnten zumindest hier das machen. Oh Mann, das ist übelst schwierig. Man könnte auch das hier rein machen. Das passt besser. Ja, und das ist einfach irgendwie... Hier ist zwar der Übergang kacke, aber das wäre von... Ansonsten wäre das gut. Ich haue das einfach mal jetzt so raus. Dann haue ich noch das, das. Und das, das drauf. Process. Wow, ein Neu-Content. Okay, und die sind halt kacke. Ja. Ja. Und was ich jetzt nochmal machen will, ist endlich mal Kurse besuchen, um hier aufzusteigen. Während das nämlich jetzt hoch lädt, gehen wir nochmal schnell pennen. Und dann. Singing Kritik. Und wir gehen die Walking Pad. Okay, das sollten wir uns dann auch noch anschauen. Ähm. Dann mal schnell hier eat. Und dann mal Study. Während das hier gearbeitet wird. Ähm. Ein Sandwich. Ein Kurs starten. One day. Ja. Ist mal. Ich habe nicht genug Kohle. Okay. Damit kann ich das gar nicht promoten. Nein, kann ich nicht. Kann ich arbeiten gehen und das dann promoten. Work. Jo, ich kann 10 Stunden für 100 Kohle arbeiten. 2 Stunden für 10. Ja, das passt. Kann ich zwar das Video nicht mehr wirklich promoten, aber 100 Kohle. Und dann haben wir für das nächste Video raus. Dann gehen wir noch mal schnell Sleepy. Und dann machen wir schon das nächste. Erstmal noch Hyper hier. Und mal eat. Ja, das läuft hier. So ein Sandwich. Und jetzt können wir hier einen Kurs starten. Und jetzt können wir hier einen Kurs starten. Das ist ein One Day Kurs starten wir. Okay. New Gaming Video. New Gaming Video. Ich dachte, das kann man abbrechen. Es ist echt noch ein bisschen buggy das Game. Leider. Aber. Was soll's. Warten wir es halt ab. Ja. Hier kriegen wir schön Kohle dann. Das Video geht gleich ab. Oh. Ich muss dann Walkthrough zu machen. Damn. Das habe ich ganz vergeigt. Okay. Aber egal. Können wir noch machen. True Game. Und zwar machen wir dazu ein Walkthrough. Es ist komisch, dass ich das jetzt nicht. Normalerweise kann ich das abbrechen. Weil ich da die Aktion habe. Aber die Aktion ist nicht da. Aber es geht sich trotzdem was mit dem Video. Ja. Ja. You're losing subscribers. Make more videos. Ich weiß. So. Ich habe eine neue Karte gekriegt. Continue. Äh. Ne. Das will ich ja gar nicht. Ich will das Walkthrough Video machen. Ja. Und zwar. Walkthrough. Macht das. Ja. Walkthrough 1. Ist gut. Nehmen wir es einfach mal. Diesmal nur Walkthrough 1. So. Und zwar ein Serious Greeting. Und wir haben Auffang raus. Ähm. Boah. Ja. Ich hau jetzt schon. Mal den hier rein. Dann hier was zum Sparen. Am besten sowas. Dann ein Short Comment. Jo. Dann könnte ich in Anglisch Sarkasm machen. Jo. Dann könnte ich noch mal Sarkastik Comment machen. Und dann habe ich keine Punkte mehr. um noch was weiteres zu machen. Deshalb ist dann aus. Okay. Jetzt bauen wir das. Möglichst brauchbar zusammen. Okay. Wir nehmen das raus. Wir haben nichts dass 2 rein geht. Ja. Ich glaube wir machen das so. Dann machen wir das hier. Background Music noch etwas erhöhen. Das erhöhen. Hier. Hier. So. Process. Okay. Wenig Interest. Aber Video Qualität. Editing sind gut. Immerhin. Ja. Natürlich. Publish. Das sollte sich definitiv ausgehen. ein. Sleep. Sleep. Sleepy. Und dann. Essen. Einen Salat. Wollen uns einen Salat. Dann sind wir definitiv voll. Jawoll. Schön Kohle abgesahnt. Salat. Hau rein. Tast complete. Nice. Ich glaube das Video lohnt sich. Da lohnt sich ein Promote auf das Video. Ein Hashtag. Ja komm jetzt zahlen wir es raus hier. Publish. Wir sind nur jetzt 150 und sonst hat sich das nicht gelohnt. Ähm. Go Shopping. Wir brauchen neue Games. Und zwar brauchen wir Amazing Arm. Ähm. Elfter. Aber ist nicht so toll. Das ist auch nicht so toll. Das sieht gut aus. Jo. Ja. Das wird schwierig. Ähm. Dann mit dem Video ähm ins Plus zu kommen. Ja. Das war. Das war. Das war ein Minusgeschäft. To scale. Ja. Das sollte jetzt aber mal was passendes werden. Ähm. Ähm. Hidden Beautykin. Ja. Ich mach jetzt mal eher sowas. Habe hier zu viele Titel ausgedacht in letzter Zeit. Ähm. Dancing. Dancing. You're dancing man. Äh. Woman. Oh. Puh. Das ist zu übel. Ich hau eher sowas rein. Dass ich mehrere hab. Hier dann sowas. raus. Hier ist ein Kack. Den hast ich dann weg. Dann hau ich sowas raus. Und ich muss mit den Punkten etwas sparen. Mach ich hier sowas. Jetzt könnte ich hier nur das Dorn wieder reinpacken. Mist. Mach ich das. Dafür kann ich jetzt hier vielleicht noch. Ja. Fade out machen. Endlich. Next. Die die nicht passen. Lass ich einfach raus. So. 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 Das könnt ihr eigentlich weglassen. Da bräuchte ich das hier. Dann könnte ich noch sowas und sowas vielleicht machen. Bei er lasse ich das hier noch raus. Ja. So in der Art. Und dann hauen wir hier. Bäm. 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 Prozess. Okay. Content ist mies. Quality und Editing ist neu. Okay. Für Honeyplaystudio 2. Placeful Salt. Ja. Das machen wir natürlich. Publish. Content ist wenig. Aber ansonsten ist es gut. Das Video. Äh. Bis zum 19. Blissful. Okay. Sellout. Jetzt hätten wir. Wir gehen mal noch schnell schlafen. Dann essen und dann gleich das nächste Video. Und zwar. Was müssen wir machen? Ein Gameplay von Blissful Assault. Okay. Sieht kommen. Das sieht ja gut aus. Das sieht ja gut aus. Einmal ja. Der. Klassische Hater. Ähm. Wir essen. Einen. Sandwich. Da hauen wir so einen Promote noch raus. Ähm. Noch ein Eat Water. Okay. Ja die 75 hier müssen sich auf jeden Fall lohnen. Wir kommen jetzt im Computer. Wir kommen jetzt im Computer. As my creator wasn't the most efficient decision. Ja. Das habe ich gemerkt. Also it was time to buy your own. Okay. Ja dann macht es jetzt langsam dann Sinn. Ja. Aber jetzt erstmal hier. Das Video geht richtig ab. Ich mache jetzt hier mal. Replace. Will ich gar nicht. Info. Ähm. Bis wann muss das Video raus? Bis zum 19. Dann kann ich mir. Ne ich mache jetzt zuerst. Ne ich mache Info. Ich mache. Repair. Ja. In der Zeit gehe ich mal schnell für 2 Stunden arbeiten. Für 10. Bis der Typ da fertig ist. Und dann New Gaming Video. Zwar ein Gameplay Video zu Blissful Assault. Ein Gameplay. Okay. Honey Unexpectedly Announced a New Console. Okay. Peaceful Assault. Diesmal nehmen wir das. Epic. Kill. Streak. Okay. Schauen wir mal. Wow. Intro with effects. Wow. Wir gehen jetzt schon die Punkte. Guck dir aus. Hahaha. Wir machen Happy Expression. Happy Happy Happy. Oh ja. Pass genau. Professional kommentieren. Hier können wir leichter nicht multiplizieren. Aber wir können. Angry. Angry sein. Murderous Look nochmal. Oh das könnte unser bestes Video werden. Jetzt habe ich hier nur ein Problem. Jetzt muss ich hier den raushauen. Und somit wird es nicht unser bestes Video. Aber ich haue hier den rein. Dann geht halt hier nichts mehr. Aber was soll's. Ja das Video macht gut Kohle. So. Passt hier irgendwas dran. Dann. Vielleicht sowas. So was. Das hier vielleicht noch so rein. Weil das ist genau das. Gleiche. Ich könnte das weglassen. Das kommt aufs Gleiche. Ja. Dann machen wir mal hier den. Das so passt. Process. Content. Ja ok. Quality und Editing ist gut. Content ist ok. Das sollte reichen. Für ein gutes Video. Publish. Alles. Das ist wichtig.